Wo müssen wir denn als nächstes hin? Also wir haben jetzt noch zwei Quests. Einmal das hier. Verwundete König ist hier oben. Dann würde ich sagen, hier vorne ist doch ein Flugpunkt. Den haben wir auch noch nicht. Auch gut. So, dann fliegen wir hier rüber zum Nessingverries Posten. Und dann gucken wir mal nach unserem Verwundeten König. Wir haben noch zwei Queststränge. Das eine müsste das hier dann sein. Teil des Volkes. Und hier unten, ich weiß es nicht, ob das beides zusammen gehört. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was wir alles für Flugpunkte haben. Ich will gerade mal gucken. Also hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 1, 2, 3. Hier dazwischen fehlt einer. Hier. Das ist der hier. Und hier drüben, der fehlt. Ne, das sind 6 sogar. Den habe ich gar nicht gesehen. Ganz da unten, der fehlt noch. Und hier drüben haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auch 5. Och, Leute. Was wollt ihr denn mit den ganzen Flugpunkten? Ja, wir holen uns erstmal den hier drüben. Das heißt aber auch, wir waren an vielen Orten hier noch gar nicht gewesen. Aber ich sag mal, das Wichtigste hier ist überhaupt diese Geschicht, Geschichtsstränge. Geschichtsstränge. Herr Fliegen ist so schön. Hallo. In Wonsamdis Schatten, sprecht mit Jol, dem Uralten und Jamil Abul Hussein. Äh, hier einmal mit dem. Wie steht es um die Genesung? Okay, und bei dir. Und hier drüben, der Geruch der Vergeltung sammelt zwölf Einheiten Verräterblut von Zulz-Anhängern in Zeb-Ahari. Hier draußen ist auch noch eine Quest. Keine sichere Zuflucht. Rettet zwölf Einwohner der Zeb- Zeb-Ahari. Okay. Erstmal Flugpunkt. Herr mit. Dankeschön. Und hier unten, können wir da schon Blut sammeln? Ja. Tschüss. Oh, wenn jeder eins hat, ist es natürlich gut. Ja gut, bei zwölf Stück wäre es natürlich auch ein Unding, wenn nicht jeder eins dabei hat. So, tschüss. Ja, lass ihn mal am Leben. Ich will den hier mal killen. Ich sag mal, das sind alles schnelle Quests. So wie wir es eigentlich wollen. So, hier, komm. Brauchst dich gar nicht zu verstecken, ich hab dich gesehen. Hier kriegen wir drei auf einmal. Ich will den hier zuerst. So, dreifache Räder bluten nur noch. Und hier brauchen wir irgendwie die Schuppe. Weg, 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 weg. So, Freunde, hier. Guck mal, wer euch besuchen kommt. Ein Verräter bluten nur noch. Da würde ich sagen, wir killen den hier. Kriegen wir noch zwei von denen dazu. Und hier unten ist noch einer. Den holen wir auch noch. Dann haben wir die Quest fertig. So, erste Quest fertig. Wer seid ihr denn? Man braucht nur einmal anklicken. Ich bin euer Retter. Das ist nicht gut. Warum? Ich hab dir geholfen. Ja, wir müssen hier auch mal ein bisschen Kräuterkunde machen. Hier unten ist irgendwas. So, das haben wir. Hier drüben ist noch eine Quest. Moment. Ich kill den erst mal. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten, Fräulein. Werte, äh, Trolldame. Verrat der Loa-Sprecherin. Tötet Loa-Sprecherin Ki-Hara. So, hier drüben. Was brauchen wir denn eigentlich noch? Schaum einer alten Krabbe. Brauchen wir auch. Und hier die Loa-Sprecherin. Du, er wird uns vom Ehrenkönig erlösen. Ihr seid uns nur im Weg. Meinst du? Und hier Schaum einer alten Krabbe. Muss auch noch die armen Krabbe töten. So, alle Quests abgeschlossen. Silber-Elite machen wir später irgendwann mal. Wenn wir denn noch so lange spielen. Ich habe keine Ahnung. Also momentan hätte ich eher Bock drauf auf Klassik. Aber Klassik werden wir dann, äh... Parallel erst mal laufen lassen. Und gucken, was wir dann mit dem hier machen. Mit dem Let's Play. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. So. Körper und Geist heilen. Folgt Jols Anweisung, um bei der Heilung von König Rastakhan zu helfen. Gibt es jetzt wieder irgendwelche... Welche... Geht schon. Ich war sowieso fertig. Was... Was muss ich denn machen? Wo sind Gewür... Ah, hier drüben steht das ganze Zeug. Achso, die soll ich ihm dann auch noch bringen. Jetzt die Lauge. Wo ist die Lauge? Lauge? Ich sehe hier keine Lauge. Achso, hier... Hä? Hocker? Da drüben... Ah, da hinten! Alter Schwede. Ist ja alles verteilt hier. Hier hast du dann... Sehe ich, Glaube. Ich will euch der Panzer wegfliegen. Bringt mir meine Schriftrolle. Ja, die sehe ich. Da hast du die Schriftrolle. Zwei Mal wahrscheinlich jetzt noch. Mixturrühren. Gerinnungspulver. Wo sind das Gerinnungspulver hier drüben? Ich stehe auf eurem König. Zehn Prozent noch. Der Loa des Todes. Okay. Beenden. Ich bin ein Herr. Der Wille des Loas stellt einen Götzen von Rezan bei Jamils Unterkunft auf und er überzeugt, Rezan Rasterkants Seele zurückzuholen. Hier gibt es keine Quest mehr. Wo ist Rezans Hütte? Hier drüben. Das ist auch nicht seine Hütte. Wer seid ihr, dass ihr den Loa der Könige anruft? Ein unwichtiger kleiner Wicht. Kommt ihr, um zu verhandeln? Der kleine König wird sich erheben. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Rettet Rasterkants Seele. Und Sandy. Euer Brüllen könnte die Toten wecken. Was wollt ihr? Ihr habt euch genommen, was mir gehört. Lasst ihn frei. Was wollt ihr, Kind der Hunde? Lange, lange, lange Zeit. Ihr kriegt ihn nicht zurück. Zeigt etwas Respekt, Loa des Grabes. Sonst landet ihr gleich in einem. Irgendwann müssen alle sterben. Auch Könige. Aber ich bin ja großzügig. Nehmt euch euren kleinen Freund. Rettet Rasterkants Seele. Führt seinen Geist in seinen Körper zurück. Ich muss zurück in meinen Tempel. Schickt Rasterkants zu mir, wenn er wieder heil ist. Jo, mach mal. So. Ich kann die Berührung der anderen Seite noch immer fühlen. Mein Loa hat mich zurück ins Land der Lebenden gerufen. Es gibt viel zu tun. Äh, wir haben geholfen. Hallo? Willkommen in Sulda Saar. Ähm, morgen. Bis dann.